Musik Diese alten, wunderbaren Strandhüllen in den Straßen mit diesen vielen Zierornamenten, diese offenen Lodgien, Balkone, Varanten, diese verspielten Verzierungen, das kannte man eigentlich aus dem mediterranen Bereich. Wobei wir bei der Bäderarchitektur nie von einem eigenen Baustein sprechen, sondern immer in Anlehnung an irgendwas. Wir haben auch nordische Blockhäuser. Es ist ein ständiger Wandel. Und dieser Mix ist gewollt. Also immer wieder was Neues, immer wieder Erneuerung. Es kommt auf die Qualität drauf an. Wir freuen uns über jedes alte Haus, was sich hier erhalten hat. Wir freuen uns aber auch über jedes neue Haus, was Schmuck daherkommt. Die Villa Fernseher ist für mich hier in Serlin ein wunderhübsches Gebäude. Und ich sage, jawohl, hier ist es schön. Das ist mein Ostseema, da will ich wieder. Das ist mein Ostseema, da will ich wieder. Das ist mein Ostseema. Gut, sagt sie zu mir. Vielen Dank.